Tja, ich würde sagen, das braucht auf jeden Fall jede Stadt. Was das ist, wo ich das her habe und alle weitere Infos gleich nach dem Intro. Servus und Hallo. Hallo, ich bin der Brickfan Wiener und heute stelle ich euch gleich drei Sets auf einmal vor. Nein, das ist nicht ein Set mit zwei Fahrzeugen, sondern das sind wirklich drei Sets. Diese Sets sind für dankenderweise von MyMockCity zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank. Da nochmal hingehend, ich habe schon ein paar mal Sets von MyMockCity vorgestellt, wie zum Beispiel, wo auch immer ich ihn jetzt stehen habe, den Tank-Lkw und noch einige andere. Und ja, da habe ich allerdings immer nur die Anleitungen zur Verfügung gestellt bekommen, haben wir dann die Steine besorgt und die Sets euch dann gezeigt. Jetzt ist es so, dass ich auch hier das Komplettpaket oder die Komplettpakete zur Verfügung gestellt bekommen habe. Es sind drei kleine Sets, also zwei kleine, ein mittleres Set, die, wie ich finde, eigentlich passend für jede kleine Stadt sind. Jo, wie es der Name MyMockCity schon sagt, es sind hauptsächlich Gebäude bzw. Fahrzeuge im typischen City-Style, also von der Größe her, sechs Noppen breit, ja, passt. So, wir haben einmal eine kleine Zugmaschine, wir haben einmal ein kleines Postauto und wir haben einmal eine mittelgroße Postfiliale. Die drei Sachen schauen wir uns heute an. Ich habe ein bisschen Schumelzettel vorbereitet, das alles kann ich mir so nicht merken, wie gesagt, ich habe jetzt schon seit einiger Zeit ein bisschen eine Kooperation mit MyMockCity, ich bekomme dafür nichts, außer eben die Anleitung bzw. in dem Fall die Sets. Was ich aber gleich einmal vorweg sagen möchte, ich habe euch unten in der Beschreibung einen Rabattcode eingefügt, der ist gültig bis Ende September und wenn ihr mit diesem Rabattcode bei MyMockCity was bestellt, spart ihr euch immerhin zehn Prozent. Jo, soviel dazu. Mal so als Info drüber, die Zugmaschine ist aus 125 Teilen, hat eine UVP von 1699 und ja, schaut ganz nett aus. Der Postwagen hat 180 Teilen, eine UVP von 19,90 und last but not least, das größte Drum hier, das ist die Postfiliale mit 674 Teilen und eine UVP von 69,99. Jo, die Sets selber kommen oder sind zum Beispiel bei mir angekommen in so einem Papiersackerl mit dem MyMockCity Logo drauf. Was ich mitbekommen habe, wird auch diese Verpackung bleiben bzw. in Zukunft sogar noch umweltfreundlicher werden. Sie arbeiten weiterhin daran. Die Verpackung selber ist innen zwar mit einem Kunststoff ausgekleidet, klar, weil sonst würden ja teilweise die Kanten von den Steinen das Sackerl aufreißen, ist ja nicht Sinn der Sache. Aber auch hier habe ich ein bisschen Informationen. Die ganze Verpackung ist klimafreundlich und nachhaltig. Es steht auch unten aufgedruckt, dass sie aus 95 Prozent nachwachsenden Rohstoffen produziert wurde. Die Beschichtung im Inneren ist eine Polymilchsäure und das ist im Prinzip nichts anderes als ein recycelbarer Kunststoff. Das heißt, das Ding kann man im Prinzip in den Biomüll schmeißen. Sehr, sehr löblich. Weiter so. Und Hinweis an alle anderen Hersteller. Nehmt euch daran ein Beispiel. Lego selber hat ja schon seit einiger Zeit die Idee auf Papiertüten umzusteigen. Es ist auch teilweise in den Anleitungen schon ein Hinweis. Es kann sein, dass schon neue Verpackungen drinnen sind. Ich hatte bis jetzt noch keine einzige. Die Steine selber sind nicht selbst produziert. Die stammen derzeit noch von GoBricks. Also zu 99 Prozent. Ein Prozent kann sein, dass Wongi Steine dabei sind. Aber im Großen sind es GoBricks Steine. Ja, wie gesagt, die ganzen Sets sind bereits im Onlineshop verfügbar bei MyMockCity. Und mit dem genannten Rabattcode spart ihr euch dann eben bis Ende September 10 Prozent. Ja, soviel einmal dazu. Ich habe hier noch ein bisschen einen Schumelzettel zusammengeschrieben. Was ist MyMockCity eigentlich? Also MyMockCity ist natürlich eine kleine Firma. Jetzt wird Moritz sogar munter. Ja, auch ein schöner Moritz Rücken kann entzücken. MyMockCity, der im Prinzip Kopf dahinter, also sein Kopf dahinter, beziehungsweise das Gesicht nach außen hin, ist der liebe Vincent, der auch letztens bei mir im Livestream zu Gast war. Ich verlinke euch den hier nochmal oben. Da haben wir eh auch ein bisschen über MyMockCity gesprochen. Das war auch der Livestream, wo ich eben die Postfiliale direkt gebaut habe. Allerdings ist er nicht der Geschäftsinhaber, das geht auf das Büroservice Hübner GmbH. Erreichbar, der Kundenservice ist grundprinzipiell rund um die Uhr erreichbar, entweder per E-Mail, per WhatsApp, per Instagram oder Facebook. Also das sind die Schienen, wo man jederzeit hinschreiben kann. Klar, sie werden nicht rund um die Uhr antworten, das ist schon ganz klar. Also um drei in der Früh, wenn man da hinschreibt, braucht man sich nicht erwarten, dass man zwei Minuten später die Antwort hat. Also so fair muss man nochmal bleiben. Ja, MyMockCity, das Konzept wird im Prinzip mit dem Namen ganz gut beschrieben. Sets, die das Bild einer kleinen Bausteinschaft modern und europäisch halten sollen. Wir kennen ja die ganzen Modulus-Gebäude, die von den diversen Herstellern hervorgebracht werden, die sind natürlich teilweise durchaus auch europäisch angehaucht, ganz klar, aber auch am Parody asiatisch beziehungsweise amerikanisch. Wobei es hier auch ist, dass viele von diesen Gebäuden, sie sind schön überhaupt keine Frage, aber sie haben halt auch diesen oftmals älteren Stil mit den ganzen Verziehungen und so weiter und so fort. Und hier möchte hier MyMockCity eher im moderneren Bereich bleiben, was man hier dann auch an der Postfilial, die wir uns natürlich im Detail noch anschauen, zeigt, dass sie keine wunderbaren Verziehungen außen hat, dass sie doch, jetzt nicht negativ gemeint, eher schlicht eingerichtet ist, aber trotzdem ausreichend. Ja, es ist auch klar, also sie wollen alles versuchen, um funktionale, gute und realitätsnahe Sets zu veröffentlichen und das natürlich auch umsetzen. Man sieht es auch hier schon an diesen drei Modellen, beziehungsweise an den Modellen, die ich euch schon vorgestellt habe, dass sie auf einem sehr guten Weg sind, beziehungsweise dass sie das schon teilweise sehr, sehr gut umgesetzt haben. Jo, die ganzen Kontaktdaten, wie ihr MyMockCity erreichen könnt, gebe ich euch unten in die Beschreibung nochmal hinzu, beziehungsweise ist natürlich auf deren Homepage ersichtlich. Jo, soviel einmal dazu. Die Verpackung habe ich schon gezeigt, Anleitungen gibt es rein in digitaler Form. Es liegt bei jedem Set ein kleines Kerzchen mit einem QR-Code dabei. Über diesen QR-Code kommt man dann zur PDF-Anleitung des jeweiligen Sets. Finde ich in der heutigen Zeit ganz gut. Ich stelle mir natürlich auch oftmals die Frage, also Umweltschutz gedanklich, ist es sinnvoller, Anleitungen in Papierform herauszubringen oder ist es sinnvoller, die in digitaler Form zu haben und dafür halt die ganzen Server laufen zu lassen. Beides verbraucht CO2, ist vollkommen klar. Ich glaube aber mittlerweile ist es wirklich so, dass hier vom Umweltgedanken doch die Server schlauer sind, weil die rennen ja so oder so und ob da jetzt eine PDF-Anleitung mehr oder weniger drauf liegt mit ein paar Megabyte, ist denke ich relativ egal. Und so werden auch dann teilweise die Bäume weiter geschont. Jo, ich würde sagen, wir fangen einmal mit den Sets an und zwar von klein nach groß, das heißt ich schaue einmal die beiden auf die Seite und ich sage einmal, wir fangen mit dieser netten kleinen Zugmaschine an. Optisch vollkommen ausreichend, typisch europäische Zugmaschine, also kein Longhorn, wie man so schön sagt, das wäre nicht die amerikanischen. Das hier ist eine europäische, die eben eine flache Front hat, in rot-grau oder grau-rot, je nachdem wie man es sehen möchte. Es sind im Prinzip alle wichtigen Details vorhanden, also wir haben die Rückspiegel, wir haben auch diesen kleinen Vorderspiegel. Das sind so die Details, die ich eh schon in den vorigen Videos einmal erwähnt habe, die mir irrsinnig gut gefallen. Klein, es sind gerade einmal drei Steine, die diesen Spiegel darstellen. Die Halterung, dann diese Klemme und eben eine Roundbrick. Aber das sind diese kleinen Details, die es ausmachen letztendlich. Die Türen kann man natürlich öffnen, vollkommen klar. Ich weiß, muss man in der heutigen Zeit leider dazu erwähnen, zumindest wenn es manche Firmen nahe geht. Im Inneren ist eine, ja auf dem, also Sitze selber sind keine drinnen, einfach aus Platzgründen. Hier wird die Minifigur wirklich direkt aufgenobbt. Wir haben auf dem Beifahrersitz, also auf dem Armaturenbrett vorne, auf der Ablage eine Getränkedose stehen. Wir haben ein Lenkrad vorne. Jo, vollkommen ausreichend. Von den Lampen her natürlich Blinker und Scheinwerfer, Kühlergrill, Stoßstange, alles da. Auch seitlich, wie man hier sieht, die Trittstufen angedeutet, um eben in die Fahrerkabine hinein zu kommen. Wir haben vier Räder, zwei Achsen. Es ist logischerweise in dem Maßstab auch keine Zwillingsbereifung. Ist auch relativ witzlos, vollkommen klar. Auch unten relativ tiefenentspannt. Relativ massiv gebaut übrigens. Also das passt soweit. Hinten dann natürlich auch nochmal die Rücklichter und ein angedeutetes Kennzeichen. Gleich vorweg. Hier in diesem Set waren weder Aufkleber noch Drucke dabei. Weil das natürlich auch so, ich sag mal, Probiersets sind. In Zukunft ist es wirklich angedacht, die ganzen Sachen wirklich zu bedrucken. Das heißt, es soll so sein, dass keine Sticker in den zukünftigen Sets dabei sind, sondern wirklich alles mit Drucken. Auch das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr, sehr freut. Jo, diese kleine Zugmaschine. Dann, das zweite Set ist hier dieser Postwagen. Auch hier natürlich noch ohne irgendwelchen Logos oder Ähnlichem. Jo, ein typischer Transporter, ein größerer. So in Richtung Mercedes Sprinter gehend von der Größe her. Natürlich ohne Lizenz, aber vollkommen ausreichend. Wir haben wieder natürlich zwei Achsen. Normale Bereifung. Schön auch hier gemacht die Schrägen unten. Diese farbliche Mischung zwischen Gelb und Rot. Auch das wunderbar eingefangen. Auch hier natürlich Türen zum Aufmachen. Die Seitenspiegel angedeutet. Die Windschutzscheibe natürlich. Es ist hier so eine Trans-Black Scheibe. Mir persönlich. Auch hier in der Zugmaschine ist es eine Trans-Black. Mir persönlich hätte eine Trans-Clear besser gefallen, aber eine Geschmackssache. Jo, auch hier vorne die Scheinwerfer. Interessanterweise sind hier keine Blinker vorhanden. Möglicherweise aus Platzgründen. Aber, ja. Ihr wisst. Meckern. Niveau und so weiter. Ihr kennt das. Hinten natürlich auch wieder die roten Rücklichter. Und hier, man kann natürlich auch die Ladefläche öffnen. Und, ich weiß, lichtmäßig ist es ein bisschen blöd jetzt. Aber es geht relativ tief hinein. Alles gefließt. Das heißt, man kann hier wirklich Pakete reingeben. Die rutschen durch. Und bleiben nicht auf irgendwelchen Noppen hängen. Im Innenbereich, wir haben einen Sitz drinnen. Wir haben ein Lenkrad. Auf dem Beifahrersitz ist eine Round Plate Modified. Also eine Rundfließe im Prinzip mit einer Noppen in der Mitte. Ähm, ja. Passt. Vollkommen ausreichend. Interessanterweise, ich muss natürlich gestehen, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber ich glaube, Transporte in der Größe haben gar keine Abtrennung zwischen Fahrradbereich und Lagerraum hinten. Also auch von dem her passt das vollkommen. Ja. Gefällt mir auch sehr gut. War auch sehr gut zu bauen. Genauso wie auch die Zugmaschine und auch die Postfiliale. Die Steine, wie gesagt, es sind zu 90% Grobrücksteine. Damit haben wir eine sehr, sehr gute Qualität. Kann man gar nichts sagen. Die Postfiliale selbst. Jo. Auf einer normalen 32x32 Baseplate. Schön gefließt auch. Auch innen alles gefließt. Ich zeig's euch dann noch. Wir haben hier die typische Straßenlampe. In dem Fall in Schwarz. Bei den meisten Moderas ist ja in Weiß. Hier ist sie in Schwarz. Aber auch in Real geht's durch die Straßen durch. Und ihr werdet die unterschiedlichsten Farben sehen teilweise. hauptsächlich in Grau. Aber man wird schwarz immer in Weiße sehen. Also das passt vollkommen. Jo. So. Man kann das Dach abheben. Das passt soweit. Wir haben im Prinzip, wenn wir mit dem Dach anfangen. Wir haben oben einfach die Dachfläche mit einem schönen Rand. Und da vorne wäre dann das Schild von der Postfiliale selbst. unten mit Platten fixiert. Platten auf Platten aufnotten. Das ist immer eine traumhafte Arbeit. Aber natürlich muss es so fixiert werden, damit es stabil ist. Und neun eingedeuteten Lampen. So. Die Inneneinrichtung. Ihr seht's. Auch hier alles gefließt. Ich blende euch. Zumindest einmal ein Bild von der Anleitung ein. Ich werde euch bei den anderen Modellen, ihr werdet es euch schon gesehen haben. Vorher Bilder von der Anleitung einblenden. Natürlich nur ausschnittsweise. Damit ihr seht, wie die Anleitung aufgebaut ist. Hier war der Bauabschnitt neun. Hier könnt ihr es im Livestream nachschauen. Der war echter Hammer. Bei Bauabschnitt neun wird im Prinzip die komplette Innenfläche gefließt. Ähm. Das waren... Lasset ihr mich kurz überlegen. Ähm. 196 Fliesen. 2x2, 2x1 und 1x1 Fliesen. Es war cool. Ja. Also der Bauschritt hatte was. Aber es war cool. Ja. Was haben wir noch? Also hier auf der Seite normale Scheiben. Hier vorne die Eingangstür mit funktionierenden Schiebetüren. sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und was auch cool ist und mir sehr gut gefällt ist. Ihr seht es hier vorne. Sowohl innen als auch außen eine Rampe. Das heißt, das Teil ist barrierefrei. Auch so ein Detail, wo viele nicht dran denken, aber ich finde es cool, dass es eingebaut ist. Im Inneren haben wir natürlich hier dann im Prinzip den Tresenbereich. Wir haben hier die aufklappbare Türe, sag ich einmal, um für die Mitarbeiter, um nach hinten der Tresen zu kommen. Das könnte man sagen, wird natürlich die Waage sein, wo eben die Pakete aufgelegt werden, wenn man es versendet, zum Abbiegen. Wir haben hier den Schalterbereich mit zwei Schaltern und den Monitoren. Im Hintergrund ein Regal mit einem Teil Paketen drinnen. Ja, vollkommen klar eine Postfiliale. Auch das ist jetzt bitte meckern auf hohem Niveau. Ob man hätte hier natürlich noch ein bisschen mehr Details reinbringen können. Es gibt ja viele Postfiliale, auch so Regale mit diesem ganzen Schnickschnack, was man kaufen kann. Versandkartons, Kuverts, Klebestreife und so weiter. Also ein kleines Regal hätte vielleicht noch ein bisschen mehr T3s hineingebracht. Und das habe ich auch gestern im Livestream von Vincent Diritt gesagt, was ich auch schön gefunden hätte, wenn zumindest zwei oder drei von diesen Fliesen, von diesen 2x2 Fliesen durch eben eine Plate Modified ausgetauscht wären, die eben auch einen Noppen damit haben, dass man hier auch Minifiguren platzieren kann. Aber auch das ist, wie gesagt, Meckern auf höchstem Niveau. Eines, das hat der Vincent aber gestern auch angesprochen, der weiß selber nicht warum. Wenn man das Dach aufnobbt, dann stehen diese 6x24 Plates unter Spannung. Und das nicht gerade schwach. Er weiß selber nicht warum. Ich nehme mal an, dass die einfach eine Spur größer möglicherweise sind, als sie sein sollen. Also das ist noch ein bisschen ein kleines Manko, aber das ist sich Vincent bewusst. Und ich nehme mal an, dass auch da, also kriegt man nicht hundertprozentig drauf, dass da auch in Zukunft geschaut wird, möglicherweise das Ganze zu verbessern. Jo, das soll es auch für heute schon wieder gewesen sein. War eh lang genug das Video wieder. Aber ja, es sind drei Sätze. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr überhaupt zu solchen City Sets? Braucht ihr euch einen eigenen Start? Wäre das was für euch? Schreibt es uns die Kommentare. Und Vincent beziehungsweise Mamog City ist natürlich immer offen für konstruktives Feedback. Also, wenn euch irgendwas auffallen sollte an den Sets oder Ideen für zukünftige Sets, schreibt es ihnen. Sie freuen sich sicher drüber. Und ich kann zumindest schon mal so viel verraten, das hat der Vincent gestern schon im Stream verraten. Es sind schon weitere Sets in Planung. Ungefähr um die 30, also da wird kräftigst nachgelegt. Ich habe allerdings selber noch keine Informationen, welche Sets kommen werden. Da müssen wir uns alle überraschen lassen. Aber es wird kräftig Nachschub geben. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream oder auf einer der kommenden Ausstellungen. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit und bleibt unserer Community treu. Euer Brickfan, Vienna. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.